Hallo meine kleinen sächsischen Zauberfreunde da draußen. Ich bin's wieder, euer Zauberer Momo. Heute zaubern wir nicht alleine, um richtig gut zaubern zu können. Brauche ich meinen Zauberfreund Bobo, also machen wir gleich die Fidipus. Hallo, Föfel! Oh nein, wie läuft die Kiste? Ach, die Reise gerade war ein bisschen anstrengend, aber ist alles glücklich. Okay, wir hören jetzt auf mit der Scheiße. Oh, gar nicht so schlimm. Mamma und Bobo sind wieder da. Wir sind eure Lieblingszauberer und wir haben euch etwas Großartiges vorbereitet. Keine Zauberei, sondern Fanpost auspacken. Wir dachten uns, wir müssen jetzt endlich mal die Weihnachtlichkeit in unser Leben bringen. Leute, es ist Mai. Es ist quasi Weihnachten hier und deswegen haben wir super, super viel Weihnachtsfanpost hier. Perfekt. Leute, es wird Zeit, mal wieder richtig verrückte Fanpost auszupacken. Wir sind halb AF und deswegen würde ich sagen, los geht's mit der sexischsten Sache, die ihr je gesehen habt. Leute, wir kommen zum ersten Paket. Am Anfang muss ein geiles sein, das ist erstmal Pflicht. Das hier ist schweißig. Nicht alles umwerben, ich habe es so schön aufgebaut. Au! Oh mein Gott, ich habe mich so erschreckt. Hier kann ich schon was raus. Noch nicht lesen. Wir brauchen erstmal eine Schere. Jessie, Schere. Dylan, nee, wir haben uns jetzt nicht eine Schere geholt, dafür, dass du es aufreißt. Nur weil du so blöd bist und sagst, wir brauchen unbedingt eine Schere. Das ist nicht unsatisfying, du kleines Miststück. Du bist unsatisfying, du dreckiges kleines Miststück. Lass doch jetzt einfach mal auf, das Ding schon zu öffnen, ohne 3, 2, 1 vorher zu sagen. 3, 2, 1, wuh! Hallo Joey, wir sind zwei Crazy Shicks aus Sachsen. Shicks, vielleicht erinnerst du dich noch an uns, wenn du einen Blick in den Karton siehst. Na, wenn du... Ach, halt die Schnauze jetzt. Wir lieben deine Videos und sind fast von einem Koran auf deinem Kanal. Sind seid fast... Halt die Schnauze jetzt! Deine Crazy Kim und Maria... So, so. Jetzt... Aua! Ey, oh mein Gott, das hat in meinem Auge geklebt. Du altes Ekelschwein. Das hatten die schon im Mund. Das haben die sich schon in den Popo. Nur weil du dir sowas gerne in den... Stecks heißt, dass das noch lange nicht, dass das meine Crazy Chicks machen. Studenten-Votor, ihr wollt mich umbringen. Oh ja, stimmt. Dön ist höchst allergisch. Wenn ich nachher schlafe, dann stecke ich sie in den... Shit! Das hat null Sinn gemacht. Wenn ich nachher schlafe, dann stecke ich sie in den Auge. Was hast du uns heute in die Mate gemischt? Ich stecke natürlich nicht still in den Auge. Wenn ich schlafe. Also irgendwie ist das jetzt schon der unangenehmste Dreh, den wir bisher hatten. Wir sind so dumm. Also, was haben wir hier Schönes drin? Etwas zum Naschen. Sind das Kinderkratz? Yeah, oh geil, ich hab mega Bock. Give me one. Tu es wieder rein. Tu es wieder rein. Ich will aber nicht in den Kinderkratz. Ich will nicht in den Kinderkratz. Steck dir gleich das Katzenfutter auch in den... Ja, das war's. Dankeschön. Maria und Kim, jetzt mal ein Shoutout an euch. Ihr seid die geilsten, die coolsten und die besten. Das sagen wir aber bei jedem. Das ist strong AF, das Teil, ne? Ja, das kann man zum Sport machen benutzen. Was trinierst du gerade? Äh, Beatset. Oh, blödes Arschloch. Oh, du hast mir voll in meine Wale gehauen. Oh, oh mein Gott. Oh mein Gott, ich dachte jetzt wirklich kurz, ich sterbe. Oh mein Gott, das war so laut. Das war auch noch da drin. Danke, Kim und Maria. Du kleine N***. Ich hab mir ein neues Paket ausgesucht, das wird das krasseste. Oh, das sieht halt wirklich cool aus. Also, wenn es von innen so crazy aussieht wie von außen, dann haben wir jetzt einen Jackpot. Yes. Von Amelie und Fabienne. Amelie wird mit Doppel-M geschrieben hier. Das ist so eine Assi-Amelie wahrscheinlich. Wo ist denn, ähm, die Schere denn? Ne. Die Schere bräuchten wir nicht. Ich mag das jetzt. Ey, wir öffnen das Paket in drei, zwei, eins. Wow. Oha, ein Adventkalender. Danke. Praktische mei. Viele orange Lemonade. Oh, das müsste mal riechen. Oh, so kann man richtig gut riechen. Warte, ich war nochmal in mein anderes Nasenloch. Ich bin gegen alles auf der ganzen Welt. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das brennt sofort im Nasenloch. Oh mein Gott. Das ist richtig reingegangen. Also, das war echt einer der dümmsten Momente. Aufgebiet auch mal. Das war richtig krass. Was haben wir hier noch drin? Oha, guck mal hier. Das ist so ein hässliches Vieh. Ah, guck mal, wir haben die kennengelernt. Das ist Amelie. Lieber Joey, meine Freundin Fabienne und ich haben dich in Kassel getroffen. Da es unwahrscheinlich ist, dass du dich an uns erinnerst, haben wir dir ein Bild von uns reingelegt. Ihr seid so unglaublich schlau. Ich entschuldige mich noch einmal für meinen Asthma. Ich hatte mein Spray nicht dabei. Oh, kein Problem. Schöne Grüße aus Kassel und Umgebung, Amelie und Fabienne. Neue Witze für die Schultasche. Soll ich mal einen vorlesen? Perfekt, ey, damit werden unsere Videos unschlagbar. Wie viel ist 17 mal 3? Fragt die Lehrerin. 51, antwortet Ines. Genau, lobt die Lehrerin. Wieso nur das? Fragt Ines. Das ist haargenau. Versteh ich nicht. Ich auch nicht. iPhone 11 Pro Max Inside. Oh mein Gott, du stimmst drauf. iPhone 11 Pro Max Inside. Die gute Kara und Juliana schicken uns endlich ein iPhone. 3, 2, 1, put you. Oh, wieder nur Scheiße drin. Ich hab's gewusst, ihr eulen Kacklaraffen. Wir sind zwei Mini-Bürzchen aus Schleswig-Holstein. Wir schicken dir ein paar Käse, zwei für dich und die anderen Suppi-Megi-Mega-Doll-Di-Packen. Suppi-Megi-Doll, finden wir euch auch. Für Fummel. Oh, voll süß. Kann ich das auch tragen? Oh nein. Oh mein Gott. Herglitter. Herglitter. Du blöden Arsch. Oh, Dylan. Nur ein bisschen Glitter für die Haare. Ich krieg die Scheiße nicht jetzt. Oh. Oh, Scheiße. Dylan. Du Arschlach. Oh. Oh, es stinkt hart nach Kacke, ey. Du blöde F***. Du siehst aus wie Frische aus dem Strip-Club. Ja, Ed Hardy sein Vater, ey. Das war auch voll anstrengend. Ja, das war richtig krass. Ich schwitz auch wie ein Affe. Oh, Kondos. Gefühlt es echt. Sensitiv. Wenn ich dir das jetzt über den Kopf ziehen darf, dann kriegst du meinen Kanal. Ich will deinen Dreck-Kanal nicht. Komm, jetzt noch mal über deinen Kopf ziehen. Ich will deinen Dreck-Kanal nicht. Bitte Dylan, das wäre so funny. Nee. Nur ein Kondos. Eine S***-Puppe. Mit der kannst du das machen. Oha, wollen wir die... Oha. Höhe 50 Zentimeter. Je, Alter. Quatsch und nörgelt nicht. Stört nicht beim Fernsehen. Der hat kein Auto kaputt. Ha, ha, ha. Aber Dylan, die hat halt auch kein Loch. Die ist sinnlos. Also, wir gucken mal, wie sensitiv die jetzt ist. Dylan, du hältst die jetzt mal hinten fest. I do not approve of this. So rum? Dann kann man dir das dann theoretisch auch in... decken. Oh, es ist gerissen. I do not approve of this. Ja, das ist kacke hier. Das macht keinen Sinn. Wenn ihr schwanger werden wollt, holt euch die von... Breventino. Breventivo meine ich. Sorry, Tino. Oh, war es das schon? Das war irgendwie cool. Ja, danke schön. Vielen, vielen Dank an... ...Kara und Juliana. Die beiden aus der Stadt da. Dylan sucht jetzt aus. Von Luisa und Johanna. Ich glaube... Du hast voll meinen Oberschenkel geschüttet. Für den besten YouTuber der Welt ist also doch für mich ein Paket. Oh, voll viele Bilder. Boah, sie hat sich richtig hart Mühe gegeben. Ja, das hat schon lange gedauert. Oh mein Gott, das alles einzeln einzupacken. Du armes Ding. Das wäre auch nicht nötig gewesen. Lieber Joey, wir sind zwei crazy Fans aus Damme. Deine Videos sind so lustig, dass wir nur Joey sagen müssen und direkt anfangen zu lachen. Oh, Dino. Oh mein Gott. Hast du das schon mal gesehen? Das ist so sinnlos. Wo ist der Mülleimer? Bilou. Boah, das schneit. Oh, schade. Jetzt kam nur noch eine Kackwurst runter. Du Arschkacke. Kleine Nasenbärprinzessin. Das hast du davon, du Riesenschildkröte. Oh mein Gott, ich habe Angst. Nicht, du kleines Würstchen. Oh nein, oh nee. Ach Dino, sind wir jetzt schon so weit, dass wir uns in meinem Wohnzimmer mit Duschschaum verprügeln? Oh mein Gott. Das Ding ist, gleich ist der... Oh mein Gott. Oh, das war in die Augen. Ne, ne, alles gut. Oh, das ist... Alter, auf. Warum musst du immer so übertreiben? Das ist unglaublich. Unglaublich Dillen. Mann, ey, das habe ich frisch angezogen. Das sollte noch eine Woche reichen. Wir haben mal Kinder-Happy-Moments. Das ist ein Bild drauf, wie ich einen Staubsauger in den Mund nehme. Aber Leute, das Video ist leider auch noch online. Vielen, vielen Dank an Luisa und Johanna. Luisa und Johanna, das war ein richtig geiles Paket. Also, das nächste Paket kommt von Aileen, Kate und Melanie. Wir öffnen in 3, 2, 1. Oh mein Gott. Das ist ja wohl der coolste Dino, den ich je... Oh, guck mal, der öffnet seinen Maul. Hallo, Joey, aka Crazy Skinny Bitch. Meine Eltern nennen mich auch so. Diesen Brief schreiben 3 Sisters aus Weyern in Bayern. Wir bekommen immer ein Lachflash und haben schon unsere Mutter angesteckt. Wir hoffen, dass dir die Geschenke gefallen und wünschen dir und deiner Familie und Friends frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten, liebkommst du an die Mutter. Super Melty Schmelzsand. Zerläuft in deinen Händen XXL. Also XXL sieht ein bisschen anders aus. Ich geh in größere Tüten tatsächlich. Wirf mich, hang mich, drück mich oder blass mich auf. Na, dann puste mal schön in den *** rein. Das ist so richtig trausam. Du kannst doch kein Spiel zaltieren, Sachen in den Arsch stecken und dann reinpusten. Das macht man nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der arme Eli. Wie wollen wir ihn nennen? Rüdiger. Dylan, kann es sein, dass dieses Ding für dich gemacht wurde, weil du sadistisch veranleidt bist? Oh mein Gott, Rüdiger. Das arme Fli... Oh mein Gott, Rüdigers Mund ist geplatzt. Oh mein Gott, Leute, seht ihr das? Okay, wir machen jetzt Aerobic. Und eins und zwei. Und jetzt kommt der Fuß nach vorn. Uh, hui ja, jetzt bin ich heute fast umgefallen. Aua. Komm jetzt, Dylan. Aus, uh, uh. Das war irgendwie so richtig die Kante in die Rille rein. Okay, Leute, wir sind langsam so ein bisschen fertig. Wieder willkommen zu einem der größten Pakete ever. Von e.grosche. Juhu, Grosche. Oh mein Gott, was ist das denn? Hat uns da jemand versucht, Hamster zu schicken? Das sind so Sägespinde drin, die man bei Nagetieren reinmacht. Hi, wir sind Luise und Lara und schicken euch unsere Haustiere. Der kleine Speedy ist total aufgewägt. Ja, sorry, Lara, aber jetzt nicht mehr. Speedy, wir sind da. Das Warten hat ein Ende. Hey, Joey, wir sind drei kleine Mini-Freunde aus Sachsen. Wir feiern deine Videos extrem. Mach immer weiter so. Wir wünschen dir ganz viel Spaß beim Auspacken und mit unserem alten Hamster. PS, du musst alles essen, was im Paket ist. Oh, nee, den Hamster mag ich nicht. Oh, guck mal, das haben wir schon ungefähr 15 Mal bekommen. Das ist so ein Outfit für Wummel. Aber Wummel ist zu fett. Oh, mein Gott. Sag doch mal Bescheid. Aber dann macht es doch nur halb so viel Spaß. Das ist so komisch, in Sägespienen und Wattepads rumzuwurschteln. Ja, und ihren Toten haben sie aber auch noch nicht gefunden. Ich kann dich jetzt noch mehr ärgern, Dylan. Oh, ist schon cool. Oh, wir haben es schon kaputt gemacht. Na ja, aber hat Spaß gemacht. Ja, war cool. Helena, Mia und Edda. Manches in diesem Paket hätte man sich sparen können. Zum Beispiel die Sägespäne. Grüße gehen raus. Clara und Elia. Wir öffnen das Paket in drei, zwei, eins. Tag, Joey. Wir sind zwei crazy-girls namens. Clara und Elia aus Berlin. Clara und Elia. Kinderkantry. Let's eat one. Let's eat one. Let's eat one. So, jetzt reicht es. Mein Gott. Eat one. Eat. Ist jetzt das Kind. Sag es auf. Dylan. Ist es. Ist das jetzt. Ist es das. Das macht so lecker. Oh, das hier sind Birettys. Eat. Eat. Los. Eat. Ich habe mein Kinderkantry. Auch noch Freundchen. Frühstück jetzt. Oh, ist jetzt ganz schön zermalmt wegen dir. Oh mein Gott. Dylan, hör auf jetzt. Oh mein Gott, mein Ohr. Scheiße. Ich bin safe Tinnitus. Tut einfach. Sophie. Aus Nürnberg. Ich bin jetzt mal Background-Tempfer. Hallo, Leute. Heute Nürnberg. Ein Paket von Sophie. Oh mein Gott, du Scheiße. Ich habe nicht mitbekommen, dass ich hier drauf rumtrete. Mann, ich bin auf sich. Wo hast du diese Energie her? Ich mache es von unten auf. Dylan, nicht. Mach es nicht von unten auf. Nein, mach es nicht und mach es mit. Oh, Scheiße. Was haben wir? Hier ist so ein Schal mit Hemden. Voll süß. Setz dich mal auf. Doch, jetzt mal auf. Ich habe Glitzerkacke. Ich sehe voll süß aus. Hey Dylan und Joey. Wir zwei Mädchen aus Nürnberg, Sophie und Mia, finden dich echt geil und lustig. Ich zeige doch mal ein Bild von euch. Vielleicht finde ich euch ja auch geil. Dylan, wir haben mal wieder was richtig Geiles hier drin. Guck mal hier, so ein richtig sexy Oma-Schlipper. Da muss ich mich ein bisschen reinbrechen. Oh mein Gott, das sieht schon wieder fast aus wie eine Windel. Scheiße, ich ziehe das mir ganz schnell wieder aus. Guck mal, damit siehst du aus wie Tom Sawyer und Huckleberry Finn oder wie ein Gangster-Rapper. Guck mal, du siehst richtig aus wie so ein Hollywood. Ja, das war es schon Dylan, mehr war hier nicht drin. Boah, lass mal Baseball. Oh nein. Wie kann das überhaupt passieren? Oh Mann, das war eine schöne Tasse. Noch so ein größeres als Finale. Das größte Finale. Das bock geht von der Jule Beckhoff. Ja, hoffentlich wäscht die sich die Olle. Wow, oh mein Gott, das ist so eine riesige Tüte. Guck mal, hier ist so ein Glaszeichen drauf. Jule, das ist eine Vorsicht Glas. Ich habe keine Scherben gehört. Drei, zwei, elf. Witchy. What's up? Oh mein Gott, du hast gerade so lange das Teil geschüttet und dieser Schoko-Weihnachtsmann ist immer noch ganz. Wie geht das? Ja, nur Scheiße drin. Silende, so. Guck mal, wieder so eine geile Sache. Baba, baba, ich hasse dich so sehr. Guck mal, von wem ist das denn? Lieber Joey und der Mensch, der wahrscheinlich das Video mitdreht. Das bin ich. Hi. Wir sind zwei crazy Mädchen, Lena und Jule aus einem Kaffnaal, Dortmund. Wollen wir vielleicht eine Brieffreundschaft aufbauen? Oh, total gerne. Super gerne. Oh mein Gott. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt ihr auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben. Wir würden uns tierisch darüber freuen. Und wenn ihr noch nicht genug von uns gesehen habt, bei Dillen auf dem Kanal gibt es noch ein Video. Hier wird jetzt das Video hier eingeblendet und den Link dazu auch nochmal unten in der Beschreibung. Wie geil ist es. Und ja, vergesst nicht meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr mehr Videos von mir sehen wollt. Vergesst nicht Dillens Kanal zu abonnieren, wenn ihr mehr Videos von ihm sehen wollt. Und dann würde ich auch schon wieder sagen, sehen wir uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.